Moin Freunde und herzlich willkommen zum sonntägigen Wochenreport. Spannende Neuigkeiten warten auf euch. So werden wir uns mal anschauen, wie das neue Solana-Phone ausschaut. Es gab so eine Art Keynote, so wie das Apple immer macht. Da wurde ein neues Solana-Phone vorgestellt mit dem Namen Seeker. Wir werden uns das Ganze ansehen. Außerdem gab es einen Hack am obersten Gerichtshof. YouTube-Kanal des obersten Gerichtshof von Indien wurde gehackt, um XRP zu erbeuten. Auch das werden wir uns ansehen. Wir sprechen darüber, inwieweit Larry Fink vom BlackRock Bitcoin schillt. Und meint, Bitcoin sei einzigartig und was da seine Grundlage für ist. Und wir gucken uns an, wie David Schwartz auf einen alten Post reagiert, der so ein bisschen in der Kritik stand. Das und vieles mehr nach dem Intro. Ja Freunde, die Kurse sehen ganz okay aus. Vor allem Solana ist diese Woche ganz gut gelaufen. Natürlich unter anderem wegen diesem Solana-Phone, das wir uns gleich ansehen werden. Der September läuft überraschend gut und ist ein sehr, sehr geiles Vorzeichen. Schaut euch mal an. Wir haben bisher zumindest, ich meine, wir sollten den Tag nicht vor dem Abend loben. Aber im Hin, 22. September, noch etwas mehr als eine Woche. Wir haben den Rekordmonat an September mit 7% im Plus. Seinen höheren Wert gab es bisher nie. Und das lässt auf jeden Fall auf einen guten Oktober, November und Dezember, sprich Q4 hoffen. Ich bin sehr gespannt, Freunde. Ja, das neue Solana-Phone wurde rausgehauen. Es wurde so eine Art Apple Keynote gehalten, wo das Telefon dann ganz genau vorgestellt wurde. Kam relativ gut an. Das Ganze ist passiert auf der Singapur 2049. In einer sehr großen Blockchain-Messe, wo fast jedes große Projekt vertreten war. Können wir uns das vorhin mal anschauen. Ich würde euch das Ganze auch gerne verlinken. Dann könnt ihr euch das Ganze selber mal ansehen. Also, was wohl ganz besonders sein soll, soll dieses Ding hier sein. Und zwar ist es ein Fingerabdruckscanner, der aber auch gleichzeitig Transaktionen durch Doppeltippen ausführen kann. Es ist also wirklich für Kryptonutzer ausgelegt, sodass sie da wirklich gut und einfach ihre Transaktionen abwickeln können. Und vor allem sehr viel mit dem Handy arbeiten können. Ich bin mal gespannt, wie die Haptik so sein wird. Es gibt unglaublich viele Versprechen, was so die Partner betrifft. Das soll ganz, ganz viel kommen. Viele Airdrops, viele Neuerungen und auch viele Updates, was die Software betrifft. Es soll verdammt gut sein, in dem, wie es sich anfühlt. Und auch der Fingerabdruckscanner soll so besonders toll sein. Ansonsten, die Kamera und so weiter ist, glaube ich, nicht vergleichbar mit dem, was wir von Apple und Co. kennen. Aber ich bin wirklich mal gespannt, wie das Ganze harmonieren wird. Und es gab ein paar Neuigkeiten. Zum einen, der Verkauf wird erst 2025 gestartet. Und der Verkaufspreis soll überraschend wohl auch nur bei 450 Dollar liegen. Mittlerweile werden über 140.000 Seeker-Smartphones in über 57 Ländern vorbestellt. Und der Name Seeker, so nennt sich das Ganze jetzt einfach. Also nicht Saga 2, wie es ursprünglich mal angedacht war, sondern das Ding soll jetzt Seeker heißen. Und wir sind wirklich sehr, sehr gespannt. Beim ersten Vorstellen eines Phones vor knapp zwei, drei Jahren, was glaube ich, wo das erste Saga vorgestellt wurde, ist der Kurs komplett explodiert. Dieses Mal immerhin ein bisschen. Solana konnte innerhalb von kürzester Zeit knapp 20 Dollar gut machen. Aber mittlerweile sind wir, wo waren wir gerade, bei 140, 146 Dollar. Alles in allem auf jeden Fall sehr, sehr gute Neuigkeiten für Solana-Fans. Damit nicht genug. Solana kriegt momentan mehrere positive Neuigkeiten. Denn in Zukunft soll es dort möglich sein, Reisen mit Solana, also mit Zoll zu bezahlen. Sehr, sehr geil. Es soll Reiseprämien geben für alle, die damit zahlen. Und neben Zoll kann man auch mit USDT und USDC auf der Solana-Chain zahlen. Ich bin wirklich sehr gespannt. Und das ist doch wirklich mal eine geile Nummer, wenn es denn wirklich auch angenommen wird. Weil wir hatten das ja schon öfter mal gehört, dass Reisen irgendwie mit Kryptos bezahlbar sein sollten. Wenn es wirklich angenommen wird und vor allem auch mal ein bisschen in den Vordergrund gespielt wird, kann ich mir vorstellen, dass das ein richtig geiler Real-World-Use-Case sein könnte für Solana. Und das ist nochmal ein bisschen was anderes, als einfach nur mit irgendeinem anderen Payment-Unternehmen zusammenzuarbeiten. Sondern hier haben wir denn wirklich mal eine echte Anwendung. Man kann damit Reisen buchen und so weiter. Das ist auf jeden Fall sehr stark. Ich bin gespannt, ob das wirklich dazu kommt oder ob das hier nur ein bisschen PR ist. Aber wir behalten das mal im Auge. Ja, kommen wir mal direkt zu den brachialen Neuigkeiten diese Woche. Der YouTube-Kanal des obersten Gerichtshof von Indien wurde gehackt, um dabei XRP zu erbeuten. Ich meine, es ist nicht das erste Mal, dass irgendwelche findigen Hacker versuchen oder irgendwelche Scammer versuchen, irgendwie mit XRP Profit zu schlagen. Ich zeige euch auch gleich mal die Videos, die sehr häufig kursieren, wo ihr euch vor schützen solltet. Lange Rede, kurz. Wir haben hier also einen Angriff auf den YouTube-Kanal des obersten Gerichtshofs und dort wurde dann plötzlich statt dem normalen Content ein Video von Brad Garlinghaus rausgehauen, dass so es wirken sollte, als würde er jetzt im Namen von Ripple den Indern etwas sehr Gutes tun wollen und den irgendwie 100 Millionen XRP verschenken, so ungefähr. Natürlich war das ein Scam, relativ raffiniert, aber das Ganze wurde relativ schnell auch wieder aufgehoben. Der Kanal wurde gesperrt. Zumindest offiziell kam niemand zu Schaden, von daher eigentlich alles nochmal gut gelaufen. Trotzdem wieder eine Warnung an alle, dass man sehr vorsichtig sein muss und euch im Krypto-Game in der Regel niemand etwas schenkt. Brad Garlinghaus und Ripple haben das Ganze natürlich verurteilt und auch nochmal davor gewarnt. Und das sind so diese typischen Scams, die ihr so im Internet findet. Also ihr seht aber mal YouTube-Videos, die dann irgendwie sowas heißen wie 100 Millionen XRP, die verschenkt werden. Dann seht ihr dann altes Video von Brad Garlinghaus, das dann mit Hilfe von KI so ein bisschen umformuliert wurde, was er erzählt und oben seht ihr so ein QR-Code. Wenn ihr den QR-Code einscannt, könnt ihr dann ganz einfach XRP dahin schicken und deren Masche ist meistens so, schick mir ein XRP, ich schicke dir zwei zurück. Es gibt tatsächlich Leute, die das machen. Also if you send 5.000 XRP, you get 10.000 back. Also quasi du verdoppelst. Und es gibt wirklich Leute, die das machen. Seid bloß vorsichtig, Freunde. Und egal, wie verführerisch sowas manchmal wirkt, ihr dürft davon ausgehen, dass euch niemand etwas schenken wird. Erst recht nicht fest eingesessene Unternehmen. Ich glaube sogar, die machen sich fast strafbar, wenn sie euch Geldgeschenke machen. Also das ist auf jeden Fall sehr suspekt. Im Zweifel lieber nochmal nachfragen, Freunde. Und damit euch das mit meinem Kanal nicht mehr passiert bei Twitter, habe ich mich dazu entschlossen, das Ganze jetzt endlich mal verifizieren zu lassen. Ab sofort findet ihr neben meinem Kanal den blauen Haken. Das heißt, hier könnt ihr zumindest nicht mehr gescammt werden. Und ich freue mich umso mehr auf jeden weiteren von euch, der mich bei Twitter unterstützt und regelmäßig auf dem neuesten Stand bleiben möchte. Die Grafik gucken wir uns auch gleich nochmal an, wo Ripple auf Platz 1 stand. Aber hier, ganz kurz zu dem Thumbnail. Einzigartig. Ja, BlackRock erklärt. Deshalb ist Bitcoin so einzigartig. Aus drei Gründen. Passt auf, Freunde. Ich habe gedacht, jetzt kommt's. Jetzt kommen endlich die Beweggründe für BlackRock. Haltet euch fest. Ich hoffe, ihr sitzt und seid richtig gut angeschnallt. Denn, erstens, die Kryptowährung ist knapp. 21 Millionen Stück. Deshalb ist sie ganz besonders einzigartig und wertvoll. Zweitens, sie ermöglicht es, dank ihrer digitalen Natur, globale Werte fast in Echtzeit zu transferieren. Wow. Und der dritte Punkt, und das ist wohl das Entscheidende, es handelt sich dabei um ein monetäres Netzwerk. Also ein Netzwerk, das Geld transferiert oder Werte transferiert und das die gesamte Menschheit betrifft. Also, ich muss offen gestehen, natürlich gebe ich ihm Recht und natürlich sind 21 Millionen Bitcoin rar. Und natürlich ist auch das von A nach B transportieren im Vergleich zu dem, was wir bisher über Swift und so weiter kennen, eine unfassbare Verbesserung. Aber wenn es wirklich danach ginge, müssten wir jetzt ja alle unsere Sparspeine köpfen und alle all in in Quant gehen. Denn Quant ist noch schneller als Bitcoin in der Transaktion, hat noch weniger Supply und ist natürlich auch ein Geldsystem. Und der CEO von denen ist auch noch ein ehemaliger Vorsitzender der Bank of England. Also normalerweise, wenn das die Kriterien sind für einen erfolgreichen, besonderen Coin, dann müssten wir jetzt alle in Quant gehen. Oder was meint ihr, Freunde? Mein Scherz beiseite, ich verstehe natürlich seine Punkte, aber sind wir auch ehrlich, all diese Dinge erfüllen fast alle Kryptowährungen. Von daher geht es natürlich darum, dass Bitcoin eine große Pionierarbeit geleistet hat und dementsprechend natürlich berechtigterweise auch die Nummer 1 ist da vorne, was die Bekanntheit betrifft und auch die Nutzung. Auf der anderen Seite denke ich, spätestens bei Real-World-Anwendung wird es immer mehr dazu kommen, dass andere Coins den Vorzug gewährt bekommen. Und das sehen wir ja schon. PayPal verpartnern sich eben mit Solerna als Beispiel. Auch die Tron-Chain wird sehr häufig verwendet für Stablecoin-Transaktionen. Auch Ripple springt jetzt auf den Stablecoin-Zug auf. Also ich glaube wirklich, sobald es losgeht und wirklich reale Anwendungen kommen und auch Stablecoins eine noch größere Bedeutung bekommen, ich glaube, dann wird Bitcoin immer weniger wichtig werden. Es sei denn, er passt sich dem an. Ja und auch Brad Garling aus 4, erinnert ihr euch noch? Ich spüre euch gleich mal das Video ab. Hat ja schon mal Bezug genommen auf BlackRock und XRP und hat so ein bisschen geschmunzelt und gesagt, ich darf darüber nicht reden. Aber bevor ich das alles erzähle, schaut mir eben rein. So you would welcome an XRP ETF then? We would certainly welcome it and I think it's inevitable that there'll be, you know, multiple ETFs around different Tokens. I think you'll even see ETFs potentially around baskets that also I think further diversify that risk. Are you in talks with the largest issuers, particularly BlackRock, to get this done? Well, I'm not going to comment on that. I know BlackRock has said some things publicly. You know, we think it makes sense for the XRP community overall. Ripple obviously is a very important stakeholder in the XRP ecosystem, but we're not the only player. And look, we've seen, I mean, before the SEC lawsuit, XRP was the second most valuable digital asset. I think because of the headwinds of that lawsuit, you know, we've now seen that largely abate. But the long-term view on these things is about, you know, how do you create utility and really solve real-world problems with these different digital assets? Ja, also er darf nicht darüber reden. Es gibt wohl Gespräche, aber es gibt noch nichts festes. Aber es wäre gut für Ripple und vor allem auch für die XRP-Community, wenn ein XRP-ETF käme. Wir sind gespannt. Und wenn der käme, ja, wer weiß, vielleicht gibt es denn wirklich ja nochmal irgendwo ein Flippening. Ja, und irgendwann sehen wir XRP wieder ganz vorne. Würde auf jeden Fall sehr nice sein und meiner Meinung nach gar nicht so unwahrscheinlich. Und das sehen sogar Bitcoin-Maxis so. Zieht euch das mal rein. Max, because Bitcoin, vielleicht kennt ihr diesen Account, ist ziemlich bekannt in der Bitcoin-Szene. Er kauft einfach mal XRP. Er sagt, hättest du mir das vor ein paar Tagen gesagt? Ich hätte selber nicht geglaubt, was ich hier gerade mache. Aber er sagt, die TA lügt nun mal nicht. Also der Chart, die technische Analyse, ist nun mal Fakt. Die sieht einfach unglaublich saftig aus. Und er hat sogar das zu einem Video gemacht, wo er das erklärt. Also Freunde, bereitet euch vor, wenn selbst die Bitcoin-Maxis anfangen, XRP zu kaufen, und das nicht, weil sie XRP inhaltlich so lieben, sondern weil der Chart das nun mal so sagt, dann sollte man sich definitiv, egal aus welchem Lager man kommt, die Sache mal anschauen. Ja, und last but not least hat David Schwartz sich so ein bisschen in eine Kritik gebracht, denn er hat ja früher mal so ein Ding rausgehauen, XRP can't be dirt cheap, also es kann nicht besonders billig sein. Und er hat ein Beispiel gebracht, wenn ein XRP eben nur einen Dollar kostet, braucht man eine Million XRP, um eine Million Wert aufzubringen. Wenn XRP aber eine Million kosten würde pro Einheit, müsste man zwar auch wieder eine Million aufbringen, aber man bräuchte nur ein XRP. Also man könnte XRP halt viel effektiver einsetzen, wenn es einen höheren Preis hätte. Und dann schrieben einige zum Beispiel, ja, nach sieben Jahren ist er immer noch dirt cheap, also immer noch super billig, und haben ihm gesagt, guck mal, du widersprichst dir komplett selbst. Damals hast du doch gesagt, XRP muss im Wert hoch sein, damit es überhaupt funktioniert. Und jetzt sagst du, es würde theoretisch auch ein kleiner Preis reichen, bedeutet das so eine Art Niederlage. Und er hat dann nochmal ganz richtig festgestellt, als ich das letzte Mal nachgesehen habe, kostete XRP im Wert von einem Million Dollar immer noch eine Million Dollar. Eine Zahlung von einem Million Dollar mit XRP kostet also mindestens eine Million Dollar. Ich hoffe, ich verwirre euch nicht. Der Unterschied zwischen dem, was er gesagt hat und was einige falsch verstanden haben, ist, er sprach davon, wenn XRP auf einen Dollar wäre, bräuchte man eine Million XRP-Token, um diese Transaktion abzuwickeln. Wenn XRP aber auf eine Million wäre, bräuchte man nur einen Token, um die Transaktion abzuwickeln. Eine Million an Wert und eine Million an Wert am Ziel, das bleibt natürlich gleich. Und da hat er ja recht. Also eine Million, egal wie, bleibt eine Million. Aber wenn du natürlich viel weniger XRP brauchst, und darum ging es ja eigentlich in seiner Aussage, dann haben wir natürlich pro XRP einen sehr hohen Preis. Und das ist das, was wir alle wollen. Bisschen zwar zwickt, aber ich bin mir ziemlich sicher, ihr habt es verstanden. Ansonsten schaut euch einfach nochmal die Posts an von ihm. Alles in allem will ich nur für kurz festhalten. Ich glaube nicht, dass er sich versprochen hat oder vertan hat. Natürlich muss XRP im Preis steigen, damit es attraktiver wird und effizienter. Aber es funktioniert theoretisch natürlich auch so. Und ich glaube, so können beide Lager zufrieden sein. Und einer schrieb dann nochmal, ey, kannst du nicht endlich mal aufhören, den Preis zu unterdrücken? Ja, also du oder dein Team, ihr unterdrückt ja den Preis. Und dann sagt David ganz richtig, ich besitze XRP. Wenn es die Möglichkeit gäbe, den Preis von XRP zu erhöhen, versichere ich ihnen, dass ich es tun würde. Und das glaube ich ihm sogar. Ich meine, David Schwartz ist nicht das Trading Team von Ripple. Ich meine, vielleicht haben die wirklich eine Aufgabe, den Preis unten zu halten. Gefühlt ist es ja manchmal so. Aber ich glaube, David Schwartz, auch wenn es so über Twitter ist, dass er seine Fittiche bei der Preisgestaltung nicht mit drin hat. Ich bin auf jeden Fall gespannt, wie die nächsten Tage laufen. Heute mal eine etwas kompaktere Version, Freunde. Ich hoffe trotzdem, die kurzen, knackigen News haben euch gefallen. Lasst mir doch gerne ein Like und ein Abo da. Wir sehen uns sehr, sehr zeitnah wieder mit spannenden Updates, spannenden Videos für euch. Ich freue mich schon drauf, wünsche euch jetzt einen wundervollen Sonntag. Bleibt mir gesund, ihr Lieben. Und bis bald. Ciao!